Nei Quartz ein? N-E-I Halt Dum 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 Quarz Scheiße Boah, ich hab grad nen Diamanten kaputt gemacht Scheiße Hier sind Diamanten Oh, ich hab das nicht gesehen Fuck Scheiße Mensch Diamant Yay, Achievement god Tatü tata Ja, ich mach das Fenster zum Ne passt schon Das ist, so laut ist es nicht Okay Solange das nicht dauernd kommt Moment, ich ruf kurz an Hm 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 Wenn der Mod im NEI angezeigt wird, ist er auch aktiv, richtig? Meistens. Meistens bis immer. Was suchen wir hier nochmal? Quarz. Quarz und Threadstone. Ich grabe mich hier mal so ein bisschen um die Labe rum, weil vielleicht ist hier wieder irgendwas. Ich möchte mal, na toll. Ich möchte mal wissen, wie groß der Lavasee ist. Groß, größer, noch größer. Weil so wie es aussieht, hat die Pumpe hier schon mal was abgepumpt. Dann besteht vielleicht eine Verbindung zu dem anderen hinten. Der andere hinten. Huch. Ach, da meinst du. Ich sehe, was du meinst. Hier wurde nämlich wirklich was abgepumpt. Ja gut, ich weiß ja dann, wo ich... Oh, da ist Jolt und da ist eine Fackel. Ist das eine Fackel? Ja. Aber hier in der Nähe war ich noch nie. Das ist noch eine Fackel. Oder bist du jetzt wieder im... Im... Redstone! Oder bist du jetzt wieder im Minecraft-Gang rausgekommen? Nö. Ich bin hier die andere Seite entlang. Hier sind Fackeln überall. Wo bist du? Ist da ein Nählschacht oder sowas? Kann das sein, dass du hier mal Obsidian abgebaut hast? Ach, da hinten! Ja doch, da war ich schon. Da habe ich auch meinen Obsi her, genau. So, warte, ich will den Redstone da hinten haben. Ich bin auch fast gerade in Lava gefallen. Ui, da ist nicht mein Redstone. Da-dum, 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 da-dum. Zu viel Zeugs. Ich habe jetzt schon wieder so Fakir-Teile gefunden. Fakir-Teile. Ja, was ist denn? Da kann man sich reden mit der Do... Da ist ein Kobbel. Da ist ein Kobbel? Oh mein Gott, da ist ein Kobbel! Ja, aber natürlicher Kobbel. Hm, Setzer. Ja gut, klar, äh... Wasser, Lava. Nein, da war im Stein. Da war kein Wasser und keine Lava dran. Ja, also ich war ja da schon mal. Ja, du wirst garantiert nicht mit Stein zugebaut haben, oder? Manchmal mache ich das. Okay. Du bist merkwürdig. Stimmt. Stimmt. Kann ich gar nicht... Kann ich gar nicht, äh, bestreiten. Ach so. Na dann. Ist ja alles okay. Hey, wie weit geht das noch? Ist doch noch mal ein Fakkel hier. Was bist du? Ach, du bist... Ach, das ist Redstone. Ah, ich habe Redstone gefunden. Ah, gut. Mach mal los, sich einfach weiter zu graben. Dann findet man irgendwann noch mehr. Ui, ich habe schon wieder Redstone gefunden. Also wir sind auf der richtigen Höhe. Ich bin... Oh, nein! Nein, 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 nein! Scheiße, scheiße, scheiße! Fuck, 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 nein! Bitte halt durch, bitte halt durch. Essen, 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 schnell, 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 schnell. Ach, scheiße, nein! Oh, Gott im Himmel! Oh, ja, schön. Es ist immer wieder schön, mich fluchen zu hören. Fuck off! Hörsturz. Oh, scheiße! Das muss ich alles auspiepen, glaube ich. Wo bist denn du? Ach, da! Oh, ich kann aber nicht alles einsammeln. Fuck! Ja, gut, das ist ja nicht so weit weg. Ich bin ja gleich wieder da. Ich leuchte es für dich aus. Dankeschön. So, Moment, das ist mein Bedpack. So, jetzt bin ich aber dafür voll. Ach, ich habe ja noch mehr von dir. Da ist noch ein Nano-Saber, eine Chain-Zone, einen Diamond-Trill. Der Rest, den könnte ich auch mitnehmen. Gut, und in dem Bedpack ist auch noch alles drin. Weil, äh, Karten. Ach, da. Warst du zu gierig? Nee, der Lavasee ist einfach nur groß. Ach so. Natürlich. Gott. Nee, warte mal, hier ist nochmal ein Lavasee. Alter. Was hätte ich so ein Gefühl gehabt? Hier ist Redstone. Ich habe mich einfach mal irgendwo in die, äh, die Wand reingegraben. Hör auf, sonst denken die Leute nachher noch wie Cheaten oder so. Ach, das tust du nicht? Äh, 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 nein. Es gibt sogar eine Mod, die hat, äh, sozusagen, also die ist wie eine Minikarte. Also auch, auch wie Race Minimap, bloß, das sieht man die Ärzte überall. Ja, das ist doch, der heißt doch X-Ray, glaube ich, oder? Hm, das weiß ich gerade nicht, wie es nochmal hieß, aber... X-Ray macht ja bloß alles durchsichtig, oder? Ja, wenn du, wenn du, ich glaube, ich weiß es, ich habe den noch nie drauf gehabt, ich glaube, wenn du ein Shift drückst, oder, dann wird das doch durchsichtig, irgendwie so war das. Moment, warte. Nein, doch nicht. Ja, ich meine jetzt den X-Ray-Mod. Wie gesagt, ich habe den noch nie drauf gehabt, weil ich finde das... Ich auch nicht. Ich finde das ein bisschen langweilig dann. Ich finde das ein bisschen sehr langweilig. So, wo bist du lang gegangen, damit ich mich jetzt nicht in die gleiche Richtung verirre? Ja. Du bist beim Opsi, oder? Ja, ich bin hier irgendwo lang gewesen. Äh, nimmst du Opsi mit? Ja, ne? Ich soll Opsi auch noch mitnehmen, jetzt geht's ja bloß. Du hast aber Ansprüche. Warte, ich mach mal da hinten das Wasser aus. Das ist doch an. Das hätte doch nichts getan. Doch, weil da ist Yold. Das arme Wasser. Ach ja. Ob sie kloppen, wie das lustig. Ne, keine Ahnung. Krieg's grad nicht. Feier. Wie das duftet kräftig. Das Essen wird wirklich nicht schlecht. Naja, ich hab, ich hab auch grad gedacht so, hm, Hunger. Hm, das sollten doch langsam aufhören. Ja, Moment. Baa. I, 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 I show on the Uhr. You show on the Uhr. Fünf Minuten. Scheiße, das reicht eigentlich grad, um hochzugehen und, äh. Dann, äh, sollte man das machen, oder? Ja, eigentlich schon. Aber es läuft grad so gut. Mensch, und du vergisst dir natürlich Gold. Ja, ich wurde abgelenkt. Von? Essen. Steine. Steine. Ja, ich grabe hier grad nochmal um den Lavasee rum. Zu gucken, wie groß der ist. Eigentlich hab ich mir ja schon überlegt, wie, äh, ob es schwer wird, aus dem Meter was rauszupumpen, aber ich brauch aus dem Meter gar keine Lava. Noch nicht. Ich glaub, du, das dauert auch ein bisschen, dass das hier aufgebraucht ist. Außer natürlich, ich mach, äh, einen Mastfabricator. Wie viel Röster haben wir jetzt eigentlich? Wie viel hast du? 45. Ich glaub, 60. Ich glaub, das ist doch immer übertreiben. Das, ja, du, ich hab drei Adern gefunden, glaub ich. Ich geh grad wieder zurück. Du willst wirklich aufhören? Ja. Ist das dein Ernst? Ja. Na gut. Ich merk auch grad, wie meine Konzentration weiß Gott wohin flötet. Was? Du konzentrierst dich? Nö, das nicht, aber trotzdem. Ich werd halt so grad ein bisschen physisch. Oh Gott, irgendwie schießt er sich in Lava voll. Deswegen verschwinde ich jetzt lieber. Ja gut, Lava meinen, äh, ist halt lukrativ, aber gefährlich. Genau. Gott, bis hier oben ist es, aber der hat Ewigkeit. Klar, hupf, 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 hupf. Das kommt da, nein, das kommt da, nein, das kommt da, nein. Hab ich Nicolite. Wir hatten hier Strip Mining gemacht, warst du das? Das war ich einmal. Da hab ich auch direkt Redstone gefunden, also. Ja, eigentlich, eigentlich würde sich das echt lohnen, hier, also auf der Höhe, Strip Mining zu machen. Guck, hab ich eigentlich Cold Coke, ach, das ist von dir. Schmeiß ich das jetzt denn hin? Das kannst du in die Erze und so Kiste schmeißen. Ja, ich hab's gerade gesehen. Da ist auch schon was drin. Erze, Erze. Letzter und wahrscheinlich auch da rein.